Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportblog. Ich laufe heute wieder durch den Wald im Taunus bei Niedernhausen. Und versuche so eine Stunde hinter mich zu kriegen. Und dann habe ich mein heutiges Pensum geschafft. Nach dem Intro erzähle ich davon mehr. Puh. Heute wieder joggenderweise unterwegs. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste ein bisschen mehr machen als 10 Kilometer. Mal ein bisschen steigern. Aber dazu komme ich gleich. Das muss ich gleich erzählen, wenn es weit ist. Jetzt bin ich bei drei. Geht so. Ich bin immer noch auf dem Standpunkt, dass ich heute mehr als 10 Kilometer laufen sollte. Ich habe Bock auf 12. Ich versuche mal die 12. Mal gucken, ob ich heute hinkriege, 12 zu laufen. Ja, das ist der Plan. Ich stehe durch den Wald. Nicht viele Steigungen, auch wenn ich jetzt gerade eine habe. Aber nicht viele Steigungen und dann geht das. Schön gediegen. 12 Kilometer. Schön smooth. Jetzt bei knapp 7,5 angelangt. Läuft gut. 12 kriege ich heute zusammen. Super geil. Ich freue mich schon, wenn ich es geschafft habe. Aber es ist noch ein Weg. Noch 4,5 Kilometer sind wir dann. Genau, noch 4,5 Kilometer. Hier schön durch den Wald. Dann habe ich es gleich. Hab ich es gleich. 12 Kilometer heute. Da freue ich mich drauf. Das war was anderes als immer nur die 10 oder die 8. So zwischendrin. Mal ein bisschen mehr. Entschuldigung. Muss mal sein. 9 Kilometer habe ich hinter mir. Die letzten drei gehen auch noch. Das geht. Läuft gut. Auch wenn es anstrengend ist. Aber läuft gut. Muss anstrengend sein. Sonst wäre es ja Pipi. Sonst könnte es ja jeder. Einfach so. Ja, ich mach mal weiter und dann sehen wir uns, wenn ich die 12 geschafft habe. Ich habe die 12 Kilometer erreicht und laufe immer noch. Wie geil ist das denn? Ich habe überlegt, ich mache noch ein Schleifchen. Das läuft gerade gut. Mal gucken. Die 13 habe ich da eine Erlegung mit. Wenn ich jetzt noch mal eine Runde trecke. Finde ich geil. Ich hätte 12 geplant. Und 13 mache ich. Voll geil. Voll geil. Also, bis gleich. Dann wirklich beim Auto. Und mehr als 13. Das bedeutet nichts. Jetzt bin ich bei mir im Auto angekommen. 13 Kilometer geschafft. Und ich finde es geil. Ich finde es saugeil. 12 Kilometer waren geplant. 13 habe ich gemacht. Super. Das könnt ihr auch. Ihr könnt auch laufen und ein bisschen mehr machen, als ihr geplant hattet. Wenn ihr nur 10 Minuten geplant habt, macht 11. Oder 11,5 oder 10,5. Scheißegal. Also, macht Sport runter vom Sofa. Ich sage Cheerio mit Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Ich fahre heim. Und lege mich in die Wanne. Bis dann.